Das sind auch noch die Alten. Riesenerz. Wie schwer ist denn der? 259 Tonnen, die Lok hat 120 Tonnen, das heißt wir haben 15, nee 8 Kapazität, 80, 12 Waggons. Das heißt wir könnten von denen 6 machen. 5, 6, 7, 8. Ja, weil da herrscht wirklich Notstand. Stahl-Alum. Ja. Ist ja schön. Kriegt überhaupt noch eine Geschwindigkeit drauf? Ja, ist okay. Eisenerz ist nicht da. Kohle kommt massig rein, aber Eisenerz dauert immer ein bisschen anscheinend. Der ist noch nicht ganz voll. Es wird leerlaufen bis der wieder da ist. Ja. Wir versuchen sie nicht mehr Abheiten abzutransportieren. Nein. Nein, 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 nein. Hört doch auch so. Versuchen sie mehr Einheiten abzutransportieren. Ja. 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 Das heißt Verstärkung. Stahl-Alum. Ohja, hier sind sie direkt hinunter. Ohja, die drei Stahlzüge sind jetzt direkt hintereinander. Toll. So, ich glaube wir müssen hier auch nochmal einen draufschauen. Schicken. Eisen. Okay. Umdrehen. Oh nein. Eisen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt haben wir noch ein bisschen Scheiße gebaut, Mann. Dafür hat die Fabrik gleich ein bisschen Eisen parat. Versuchen sie mehr Kohle anzuliefern. Okay. Das passt jetzt so einigermaßen. Das ist ja schon sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt wird die Kohle aber so langsam echt knapp. Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei, sieben. So. Per Vektor. Du drehst gleich um. Wie du den Zug hier nicht blockierst. Weil die Kohle läuft gleich leer. Das ist schlecht. Wo können wir es halten? 2,5. 12,50 haben wir es halten können. 3,50 sind wir jetzt plötzlich schon. Letzte Kohlereserven. 1,3,53. Jetzt kommt hier plötzlich riesige Mengen an Kunststoff. Oh lol. Ja. Könnten wir auch mal ausbauen. Die Mirage ist versiegbar. Sehr schön. Ne. Das war falsch. Das sind auch zwei Züge. Oh je, oh je, oh je, jetzt wartet es hier aber. Staut sich hier alles ein bisschen. Und ein Kluge. Und ein Kluge. Da müssen wir hier einen geringeren Takt rein bekommen. Am besten so. Und dann werden wir uns höchstwahrscheinlich das nächste Mal um die Güterversorgung hier hinten kümmern. Taktik. Und dann können wir hier mal die Dampfzüge ersetzen durch E-Logs. Und das ist auch die Dampfzüge. Und dann können wir hier mal ein bisschen Platz schaffen im Bahnhof. Denn es sollte dann doch schon jede Linie im Grunde ihr eigenes Plätzchen haben. So, ich weiß nämlich nicht warum du dahin gehst, denn hier transportiert ja eh das Gleiche. Oh, Stahl läuft leer. Schleicht. Schleicht. Und Stahl kommt erst da hinten. Die O. Und hier. So, hier läuft's wieder. Ist gut, ist sehr gut. So, umnechtet Kunststoff. Na, ist das schon mal nicht schlecht, die Verteilung, muss man sagen. Hier steht sogar ausgezeichnet, oha. Nur Dampf sehen wir hier. Im Grunde müssten wir hier schon fast dreigleisig fahren. Aber das werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.